Was ist los, Augenblick? Was... Wo bin ich? Wer hat mich angezogen? Na, ich? Was soll die... Hey, das einzige Effort, das wir hier benutzen, ist Fred Savage. Gut, du hörst mir ganz genau zu, Frederick. Du bist in der weichgespülten Version von Deadpool 2. Das heißt, hier gibt es nur Sch***, K*** und ein Gläschen Weißwein. Hast du dich gerade selbst zensiert? Worauf du deinen... kleinen... verwenden kannst.